Musik Ich habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht und da hatte ich einen Unternehmensberater gesucht und hatte sofort das Gefühl, ich bin hier richtig. Musik Wenn man rausgegangen ist aus seinem Büro, dann hat man was mitgenommen. Musik Das Telefon klingelt mehr als früher, also das hat man schon jetzt, die Auswirkungen merkt man direkt. Musik Also ich würde jetzt schon mal auf jeden Fall weiterempfehlen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020